Hier ist Matteo De Pedrini. Er ist in der Sperse in Galla. Er ist im Spektrum Autistik. Wir werden sehen, dass wir warten. Hier ist die Vita, wenn es nicht mehr gibt. Er ist in der Cinz in unserer Serie. Er ist die Vita, wenn es nicht mehr gibt. Er ist die Vita, wenn es nicht mehr gibt. Die Vita, die Vita, ist es nicht mehr gibt. Das ist die Vita, die Vita, die Vita. Er ist die Vita, Matteo De Pedrini. Das ist ein Text in Englisch, das ist für die Tradition des Todes. Das ist für mich, dass es für den Publikum ist, Das ist in diesem Fall, in diesem Fall und generell. Das ist hier in der Arbeit. Diese Arbeit geht bei der Ausbildung der Autismus Verlag. Die Ausbildung ist immer mehr spezialisiert. Autismus Verlag, wie es der Name nennt, der von uns im Betrieb ist, wie es der Onkel ist. Ich habe auch etwas geküsst, wie ich herausgekommen habe, dass wir den Texte, dass man zum Beispiel mancherierter sein kann, wie der Caesar. Wir haben auch ein bisschen gearbeitet, weil wir nach dem ersten Schritt wissen. Wir haben auch etwas geschrieben, Ich habe auch immer wieder ein Wettbewerb, die Materialien für die Institutionen, für die private Institutionen. Ich habe auch immer noch ein Gerät, mit Interaktiv, mit dem anderen Sachen. Vielleicht gibt es eine Veranstaltung. Ja, vielleicht auch immer wieder. Wir werden uns dann auch wieder aufsuchen. Matteo De Pedrini ist auf dem Spektrum autistisch. Spektrum ist das eine Art des Autismus, aber eine Veränderung der Variationen, also ein Spektrum inter. Das ist das eine große Sturbe der Neurologischen Entwicklung. Eine Sturbe der Möglichkeit zu kommunizieren mit den Kontoren und dem Welt. Was ist das eine Art des Autismus? Es ist schwierig zu definieren. Es ist einfach eine Generalisierung. Es ist einfach in einem Topfer. Es ist vielleicht in generell etwas. Es ist einfach in der Situation und Personen. Was ist das eine Art des Autismus? Es ist einfach in Ordnung. 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 Also nicht in Ordnung. Es ist einfach in Ordnung. Mein Mann war das Cru sixt um zu stehenatend portrayiere. Der ist einfach so Looking Whene. Weil dem D sadness vorstellen müssen nicht! Es ist einfach nur das明ste. Was bedeutet euch familiärwie? Es ist auch nicht so, dass ich ein bisschen ein bisschen was habe. Für mich ist es kein Judo, das ist vielleicht auch ein bisschen das Gleiche. Es ist einfach so ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen. Ich bin ein bisschen ein Judo, aber es ist vielleicht ein bisschen ein bisschen anders. Das ist gut, dass das Lied reagiert und es gibt einen Effekt, Sorge, Kompassion und so etwas. Ich bin ein Trattor, aber ich bin ein Fan. Ich bin ein Pauwrett. Ich bin ein Empathie und so etwas. Das ist eine schöne Kategorie. Das ist ein weiterer Kast. Das ist ein weiterer Kast. Das ist ein weiterer Kast. Das ist ein weiterer Individuum. Matteo De Pedrini arbeitet in Spediversons in der Autismusverlag in St. Gallen. Die Autismusverlag verabschiedet sich an einem kleinen Kosmos, für eine 70er Person im Spektrum Autistik. Jantar ist für Matteo in der Gruppe. Die Autismusverlag in St. Gallen. Die Autismusverlag in St. Gallen. Die Autismusverlag in St. Gallen. Der Rad ist ein mehrerer Kast. Die Autismusverlag in St. Gallen. Die Autismusverlag in St. Gallen. Es ist gerade extra gemacht, es hat genug Sachen, um es zu bringen. Das ist ein Apparat für vier Kuders. Das ist von den Földern. Das ist ein Spiral aus Metall, ein Differenzformat. Das kann ich regulieren. Die Lure ist eine gute Kombination mit der Produktion und der Spedition. Das ist ein solitärer Prozess und der Produktion. Der Wein ist der ultimo. Der eine gute Gegenwart wird sich. Die Routine ist mit der Verküpfung, die es im Betriebsern zu verdienen. Die Entfernen dort aufgewachsen. Die Verküpfung hat die Reine im Betriebsgericht und dem Betriebsgericht. Wir sind hier bei der Spezialisierung in St. Gallen. In Kort gibt es den Jubiläum, hier in der Firma. Wir sind hier ein bisschen stolz. Wir haben hier ein paar Ziele gemacht. Wir müssen die Arbeit dividieren. Und hier sind alle Autisten in Kort? Das ist ein Programm. La literatura d'Alfa schkodit e Sühne. El spektrum de prodots de la Chaseditur es vast. Die Intent es dünnel ist es. Sportger sosten in Chases Autism. A Persones del Spektrum Autistik edelur Kontuandsdifferenz. Piktograms. Was ist mit der Sprache? Ist es wichtig? Ist es wichtig? Ist es wichtig? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das sind die Freundschaften. Das ist gut. Das ist die Quelle. Das ist die Quelle. Das ist die Quelle. Das ist die Quelle. mit Beispielen bei Interaktion. Das ist die Traduita für die Person. Das ist eine Braschüre. Das ist die Explikation. Das ist der Text in C. Der Text in C. Der Text in C. Beim Sprache für sie atmen ist es Es ist einfach für ein Museum, das könnte für ein Dürcher sein, aber für Menschen. Wer das jetzt ist, ist eine Finne, die der Laufur bereits. Ich mache noch einen Weg, den Weg auf die Straße. Und du gehst noch in den Klias. Ja, ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao zusammen. Un per pass davent de la chiasi di Tura in il quartier de San Gheorghe es il kiosk. Il kiosk inclusiv Gheorghe. Hallo, Martin. Qua lavoren persone del Spektrum autistico? Salut, Martin. S'holle? Ja. 3 Fr. 50. Du zahlst mit der Karte. Hast du es aufgemacht? Merci. Merci, vielen Dank. Ciao. Ciao, mach's gut. Da vola lavour ist Matteo De Pedrini die sind in der Karte. Sovend wird er mit einer Gruppe von Kurridoren in den St. Gallen. Jetzt ist er bereit, zu filmieren, um diese Störche zu sensibilisieren, um den Autismus zu sensibilisieren? Es ist schon sehr spät. Das ist für mich eine Post, und ich weiß nicht, wie es läuft, aber ich probiere ein paar Treppen, ein paar Autos. Was ist für Sie ein wichtiger Teil, wenn Sie sich über das Thema Autismus interessieren? Es gibt diverse Differenzspätze. Das heißt, man kann sich über das Individuum machen. Das ist eine Spätze. Das ist eine Diagnose. Das ist ein wichtiger Punkt. Untertitelung. BR 2018